Nein, da muss man jetzt souverän und professionell wirken. Mein Name ist Matthias Franz Stein, ich bin da heute hier Ihr Warm-Upper. Stein Matthias Franz! Ich werde jetzt einmal den Teufel anrufen, ich glaube es ist schon bald so weit. Ich bin Wiener, und ich bin glücklich. Und das verdanke ich einer ganz besonderen Gruppe von Menschen, und zwar der Selbsthilfegruppe der anonymen Wiener und Wienerinnen. Das ist der Teufel! Meine Kinder sind keine Trottel. Die anderen Kinder in der Klasse sind auch Trotteln, also sind sie ganz normal. Wenn Sie jetzt Ihr Handy einstecken hätten, könnten Sie ganz leicht die Dame dann neben Ihnen kennenlernen. Kommen wir jemals wieder zusammen? Vielleicht auf Twitter oder Instagram? Oder Sie sind ein richtiger Scheinspieler? Da, der Matthias, der Matthias, der Matthias! Moment, sind Sie ganz sicher, dass Sie töd sind? Ich habe, wie ich aus dem Gefängnis herausgekommen bin, einen Kurs gemacht zum Reitgemeister. Da merke ich gleich, Sie haben eine Blockade im Herzschrank, ja? Und Sie sind da immer bitte? Da ist Walten und Parken verboten! Da kommt eh schon der Park-Sherry-Perd! Jetzt komm, steig ein! Da gibt's das ja auch, das gibt's ja nicht. Das ist ja wahnsinnig normal. Ach, das sind die Scharfschützen! Nein, diese dumme Sau in der Maske ist mir mit dem Eyeliner ins Auge gefahren. Diese dumme Sau in der Hölle soll sie schmoren. In Gift und Galle soll sie jämmerlich ersaufen. Hallo, meine lieben Detektive! Ich bin's, euer Tom Turbo! Sie haben mich sofort erkannt! Wie kann das sein? Es ist meine Liegestelle! Knapp zu alle, auf die Motherfucker! Frau Späckchen! Abschluss! Ja, Zeckchen! Wir sehen uns im Jenseits! Sie können in den Rest vonuntmenpmontklären Introduktionimentochen strukturecinieren! Sie werden das nicht geregelt!